Das Tastatur-Layout von Windows 8 kann modifiziert werden. Hallo und willkommen zu den Windows-Tutorials. Jetzt habe ich hier so ein schönes Touchpad und wenn ich mit dem Daumen zum Beispiel von rechts die Charms-Leiste einwische und hier auf Einstellungen klicke, auf der rechten Seite, kann ich mir die Tastatur-Layouts wählen. Ich klicke mit dem Daumen, ich tippe mit dem Daumen auf Bildschirm, Tastatur und Schreibbereich und hier erhalte ich jetzt schon eine Tastatur, die standardmäßig gar nicht aktiviert ist. Ich brauche zum Beispiel die Funktionstasten und unten links kann ich auf Funktion klicken. Ich sehe oben die Funktionstasten, ich klicke nochmal auf Funktion und ich sehe wieder die Zahlen oder ich drücke einmal die Umschalt, die Großschreibtaste und sehe alle Zeichen, die mir oben als großgeschriebene Zeichen zur Verfügung stehen oder hier die Sonderzeichen entsprechend. Gleiches bei Alt-GR, einmal draufgeklickt und ich sehe die Zeichen meiner Tastatur mit der Alternate Graphics Key. Die Tastatur selber, ich schließe sie mal mit dem X rechts oben, die kann ich natürlich unten im Infobereich der Taskleiste einblenden. Ein Tipp mit dem Finger drauf oder mit der Maus, da brauche ich es, aber dann habe ich vielleicht auch eine Tastatur. Da habe ich ja unten rechts ein Tastatursymbol und bei diesen Tastaturen stehen mir vier Möglichkeiten zur Verfügung. Das ganz rechte ist Ausblenden der Tastatur. Ich drücke nochmal auf das Tastatursymbol. Dann habe ich hier zur Verfügung den Schreibbereich, also dass ich wirklich bei einem Touchpad hier mit dem Finger schreibe. Das ist gerade live, untrainiert, also Hallo Welt, ja, wird übernommen. So, ich schließe den Schreibbereich noch einmal. Ich tippe unten auf das Zeichen mit dem Stift und wähle mal die geteilte Tastatur, optimal für beide Hände. Ich kann links und rechts tippen und da sehe ich auch schon was hier mit dem Smiley. Also wenn ich gerade bei Facebook bin oder sonst irgendwie in einem Messenger-Programm, kann ich hier diese ganzen Smilies bedienen. Käse-Stückchen, was ist das denn? Hier, ja, was wollen wir essen? Fisch, Bratwurst, Eis? Nein. Und hier habe ich das einfache Tastatur-Layout. Also das kenne ich ja, aber wo komme ich jetzt nochmal an das Tastatur-Layout mit den ganzen Funktionstasten? Dafür schließe ich die Tastatur noch einmal, öffne Charms und klicke hier auf Einstellungen, unten PC-Einstellungen ändern. Und in den Einstellungen finde ich auf der linken Seite in der Kategorie Allgemein, ein bisschen weiter unten bei Bildschirm-Tastatur angegeben Standard-Tastatur-Layout verfügbar machen. Und das ist aus. Keine Ahnung warum. Einmal eingeschaltet, ich wische jetzt von oben nach unten einmal hier durch, um die Einstellung zu ändern. Und wenn ich mir jetzt die Tastatur hole, Moment, ich öffne mal kurz Word, ja, hole mir Word 2013 und möchte das Ganze, ja, mit der Bildschirm-Tastatur hier bedienen, dann hole ich mir jetzt unten über die Tastatur, Moment, einmal draufgeklickt, einmal Tastatur-Layout wählen, hole ich mir das Symbol für das komplette Standard-Tastatur-Layout. Und hier habe ich nun die Möglichkeit, ganz normal, wenn ich damit gut arbeiten kann, meine Texte hier zu tippen, die Funktionstasten zu drücken, ganz normal hier meine, ja, Caps-Lock-Gapes hier auch, meine Standard-Texte einzufügen. Ja, eine wunderbare Möglichkeit, hier mit den Touch-Bads zu arbeiten. Leider muss man diese Schaltfläche noch aktivieren.